Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Runde, Rainbow. Ja, Rainbow, taktische Shooter. Wenn du Rainbow nicht kennst, dann würdest du dieses Video nicht schauen. Deshalb würde ich sagen, starten wir direkt. Quick Match, Bombe, Multiplayer, Quick Match, Orangenes Team. Let's go! Okay, ich wollte auch hier aufmachen. So, an die Spieler, die das Spiel wirklich nicht kennen. Wir haben hier zwei Bomben. Wir müssen sie beschützen. Die Gegner müssen reinkommen und die Bomben entschärfen mit seinem Diffuser. Wir müssen sie halt planten. Und wenn sie ihn geplantet haben, können wir den Diffuser noch einmal entschärfen. Und ich spiele Echo. Und ich habe zwei so kleine fliegende Drohnen. Die kann ich so an die Decke machen. Nach einer kurzen Zeit, das seht ihr jetzt. Jetzt ist der Bildschirm ein bisschen verschwommen. Jetzt ist sie unsichtbar. Jetzt kann man sie nicht sehen. Und ich kann, wenn hier jetzt ein Gegner wäre, könnte ich so ein Schallding schießen. Dann sieht der schlecht und hört auch schlecht. Für kurze Zeit. Das ist echt praktisch. Und ich kann sie natürlich auch pingeln. Okay, die sind anscheinend irgendwo da am Dach. Ah, da, da höre ich. Da kommt gleich eine Schritte. Was passiert hier? Was passiert hier? Was passiert hier? Da dreht die Scheiße. Nein. Dann sieht der nichts aus. Das ist der ist der Wicht zu beseitigen. Was passiert hier? Nein. Aber da war die Scheiße. Alter, ich bin nicht schlecht. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh dein Gott sei Dank! Oh mein Gott! Mario, wieso? Henni, Discord geht nicht. Das ist TS. Digga, der flasht mich. Komm, planten, planten, planten. Okay, easy, easy. Flawless victory. Flawless victory. Oh, lol. Das schaffst du, Ash, komm. Ich glaub an dich. Oi, 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 eine Schande. Hä, lol, die haben sich gegenseitig gekillt? Die haben sich gegenseitig gehatcht. Mann, wie traurig. Warte mal, ich rufe aber kurz die Gegner an. Hallo? Oh, lol. Fenster. Mann. Wutzt, 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 wutzt. Ja, gib mir ne Weste, dann ist mir nicht zu kalt. Nope, lol. Mhm. Nes Babe. Okay, geil! Total Defeat Neues Match, neues Glück Neues Team, neues Glück Bitte Seid nett zu mir, tutet mich nicht Jaaaay Drug, 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 drug Wer hat das hier aufgehen gemacht? Ja, er kommt da Mann, ich wollte auch noch einen killen Also ich mach dazu Dann mach ich dazu Und hier Und hier Und hier Oh, 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 da war irgendwas Aha Es war in diesem Moment, dass er wusste Er F*** Easy Mann, ich wollte auch gerade Gete Oh, lol, da sitztin Aber mit seinem Geschütz da Okay Komm Oh, der Arme Easy win Natürlich bin ich Bester Sollte klar sein Und mit diesem erfolgreichen Sieg In dem DG9s echt hart entgegengespielt haben Würde ich sagen, was ist mit der Folge? Vielen Dank fürs Zusehen Für mehr lasst Like, Kommentar, Abo da Schaut auf unserem Twitch vorbei Bis zum nächsten Mal Ciao